und willkommen zurück zu let's play minecraft ich habe jetzt die koordinaten noch mal rausgesucht es dürfte ja mittlerweile die nächste folge sein 530 zu 6000 ungefähr war das da waren auf jeden fall einiges da ist auf jeden fall eine schiefe laufen so an sachen wegfindung meine ich vor den wasserfall hochschwimmen ein bisschen einfacher und hat es hier mit der musik los ich höre nichts ich hoffe mal ihr hört dann was und wenn nicht dann mache ich gleich ein lied weiter aber überall kohle hier 530 zu 6000 da laufen wir mal so ein bisschen schräg und dann dürften unsere heimat ganz schnell wiederfinden da ist ja an kohle rumgammelt ist ja unglaublich auch mal nicht weiter so man dürfte ja hier quer über das feld rennen und dann irgendwann unsere heimat wieder finden da habe ich einfach selber ein bisschen gefällt aber gut kann ja mal vorkommen dann sind wir da oben ja bei diesem komischen zittel so oh gott und die sonne geht schon wieder unter ich habe die monster immer noch an zumindest erst mal da ist unser haus na sehr gut so ich mache die monster jetzt mal wieder aus ich habe jetzt nämlich keine lust dass da irgendwie irgendwie bei uns alles wieder weg band wir haben irgendwie sind die keine fichtenbäume mehr ist ja auch sehr mysteriös aber wir haben noch setzlinge gepflanzt oder bin ich so wie schon ja so verpeilt man 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 aber auf jeden fall haben wir noch ein paar bücher und mitgekriegt bekommen geholt ihr wisst was ich meine so gehen weil ja dann können wir da schon mal 1 2 3 4 5 6 ein bisschen ein bisschen ein bisschen da können wir da auch schon mal ein paar dann können wir das fast fertig machen so jetzt habe ich auch deutsch sprache okay gut mehr haben wir jetzt mal nicht außer das was dann noch in den kisten ist aber wir müssen ja nicht gleich alles verbraten wortwörtlich machen wir die kohle mal hier rein die bücher haben wir da rein ja das leder und wir hier noch ein spinnenaugen natürlich die ganzen drops haben wir nicht ach gut ja das haben wir gar nicht mitgenommen okay also wir haben auf jeden fall holz jetzt muss erstmal hier kleine kleine und so so wenn man noch mal ein stack glas schreiben bitte nochmal zwei kommen wir nehmen drei mit ich weiß jetzt nicht wo wir das letzte wie lange wie weit wir das letzte mal gekommen sind und das haben wir wir werden auf jeden fall noch mal ein paar treppen basteln nein nein doch so so und so dann verbraten wir jetzt doch alle steine zack dann können wir hier schön gemütlich noch mal ein paar trappchen draus zaubern und das wird ja dann jetzt hoffentlich wirklich mal reichen kein sein dass wir so viel verbrauchen so steine treppen glas dann die zäune kommen weg dafür nehmen wir dann holz so dass wir kümmern verballern das haben wir so können wir hier noch mal ein bisschen erde erde ein bisschen die decke abdecken ihr wisst was ich meine so dasselbe kann man denn da eigentlich auch machen jetzt habe ich natürlich die ex die axt weggepackt ach gott ich sag ja sprache ist heute wieder unglaublich so nein und ich überlege noch wo wir dann in dem haus unser schlafzimmer hinbauen denke mal es wird so einer der ersten räume sein die wir dann machen unser schlafzimmer und danach kommt der ganze deko kram hier wie wohnzimmer und so weil sie zwar geil aus in minecraft ist aber nicht wirklich nötig das heißt wir können jetzt hier schön alles hinbauen haben aber außer optisch nichts davon deswegen bauen wir als erstes schlafzimmer dann unseren verzauberungsraum und dann sehen wir alles weitere und das schöne ist ja halt beim minecraft man kann sich halt wirklich in alle richtungen voll vervielfältigen heißt das so nennt man das so vervielfältigen nein wahrscheinlich nicht aber gut so dann gehen wir jetzt erstmal pennen ein bisschen higher booboo machen und dann geht es weiter dann machen wir uns auf jeden fall weiter ran an die obere etage und vielleicht schaffen wir das in dieser aufnahme schon mit dem dach zu beginnen das wäre natürlich awesome dann wäre hier zumindest das grundgerüst schon mal fertig und irgendwie gefällt mir das hier zwischen noch nicht da hätte ich gern noch irgendwie was anderes so hier können wir ja nein so so halt nein halt stopp können wir ja hier Treppen ran setzen wie sieht es denn hier auf der seite überhaupt aus da kommt ein ganz normaler stein hin so eigentlich muss das ja sowieso alles noch mal einen tiefer weil ja denn hier so gesehen erstmal nur so ne trepp äh so ne tür reinkommt das heißt wir können das hier wieder raus rupfen mal gucken wie wir das jetzt machen hier machen wir das mal so da war kacke aus war ja komm wir machen wir das doch jetzt mal klein so war richtig machen wir das so und so und so dann ballern wir hier die tür rein ja doch ja doch ja doch ja doch wo ist unsere schaufel da dann können wir hier nochmal erstmal so einen stein rein machen und um die tür aber wir haben ja eine werkbank auch bei können wir uns da nochmal eine kleine tür basteln halt so dann haben wir hier nochmal ein türchen so ähm was wollte ich denn jetzt ach ja da war ja das holz so die werkbank können wir dann wieder mitnehmen und dann gehen wir erstmal rein obwohl wir können ja noch auf jeden fall die trittplatte da hin machen so dann lass das ganze auf jeden fall etwas angenehmer äh dann muss ich erstmal gucken ob wir das letzte mal schlingen geblieben waren so aber so gesehen sind wir ja ziemlich weit gekommen eigentlich ich weiß keine wo ist es denn wo haben wir denn aufgehört oder sind wir etwa fertig geworden das wurde mich ja jetzt stark verwirren aber es sieht so aus ist doch der wahnsinn dann können wir ja hier so genau dann können wir hier so 1 drumherum können wir schon mal so eine so was halt hinziehen dafür wird dann auch noch mal und wenn dann auch noch mal unmengen an holz drauf gehen stimmt wir mussten nur noch die glasscheiben setzen das wäre dann schon mal ziemlich geil das hier so durchgängig ja so man hat er jetzt die möglichkeit das auch mit treppen zu machen so eine treppe mäßig aber dann wird mir das dach wieder zu spitz und ich möchte es schon so ein bisschen smooth wobei so ein holzdach ja doch ich denke mal doch ein holzdach ist schon ganz okay obwohl man halt man hätte auch ein steindach nehmen können aber das wäre dann glaube ich too much geworden und jetzt fängt ja die kacke an wir brauchen ja denn hier noch half steps und so hier haben wir haben morgen stack erde können wir hier nämlich erde hinsetzen da kommt ja dann sowieso was vor klick 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 so theoretisch sind dann die ganzen holzdänger ja auch überflüssig aber gut was soll es halt falsche richtung wir brauchen mehr erde und dann müssen wir uns bald mal um die um die um die um die um die treppe kümmern aus dem keller ins oberste geschoss wird auf jeden fall zeit dass wir die mal machen dann müssen wir nicht jedes mal hochklettern aber gut beim dach das wird dann wahrscheinlich das letzte mal sein dass wir das wenn da hoch müssen los lauf treppchen hier kann das holz hier nämlich wieder raus wir müssen ja sparen wisst ihr ja alle los schneller hier kommt auf jeden fall erde rum außenrum denn das und dann so und dann sind wir schon die reihe rum das ist sehr gut das gefällt mir die frage ist natürlich jetzt ja doch hier muss ja dann auch erde rein hin oh gott wie erde wird nicht reichen wir jetzt bei haben der plan war nämlich dass wir zwar ein dach aufzimmern aber in dem dach geschoss keine wirkliche etage jetzt mehr reinkommen das ist dach boden mäßig das war bestimmt ganz nett aber wir brauchen wir brauchen sowas nicht das brauchen wir schon kann man später dann immer noch machen aber erstmal bauen wir hier alles mit erde voll los schneller dann wird uns ja locker flockig mal wieder die erde die erde das holz ausgehen wir brauchen eine werkbank so die setzen wir mal hier hin druckplatte wollen wir nicht wir wollen eichenholz stufen zack und zack so dann kommt nämlich hier sowas dran na komm machen wir das ganze vielleicht ein bisschen schneller ja es wird ein riesengroßes episches dach was wir denn auch noch mal mit fackeln vielleicht ausleuchten sollten nicht dass uns dann irgendwann auf dem dach um welche viecher spawnen aber da haben wir jetzt zumindest schon mal den grundstein gelegt für unser haus das dach ist jetzt im prinzip dasselbe wie in der ersten season nur halt dass das haus komplett anders aussehen wird und da wird ja dann auch noch mal ein bisschen was passieren an bauten wie ich es auch schon glaube ich in jeder folge sage weil das hier halt das ist das haus für den eingangsbereich in die oberste etage kann man vielleicht noch ein bisschen was reinzimmern aber es ist auf jeden fall noch nicht alles habe ich noch einiges an ideen ein türmchen wenn wir einbauen hinbauen dranbauen und dann natürlich alles was so in minecraft vielleicht praktisch sein könnte wie zum beispiel eine monster farm oder halt sowas und das war es schon wieder super die paar meter heiße die paar meter sowohl noch ein steck verballern zack so kommen wir mal da in die richtung geht das irgendwie besser so immer schön an der kante fest krallen nicht also runterfallen uns das genick brechen dann wäre das let's play leider auch vorbei nein so wie jetzt ich habe vorbei schön dass er zugesehen hat ach man hier so also wieder hoch wir machen es ja gerne aber wir haben uns ja hier schon eine treppe hingetrappt wenn wir uns mal so ist die treppe auch komplett und schwenk und schwenk wo waren wir entstehen geblieben